ja willkommen zurück zu bürgermepe fortnight geht weiter letzte folge waren wir zum schluss noch platzierung 2 dass wir was gewonnen hätten wir gewonnen wir man aber ich glaube da wusste dass ich da und da bin das konnte er sich ausmalen mir gegner mit einer pistole und machen ja und es geht schon weiter es ist breitag ist es schon wieder fast wochenende was schönes so zack ok keine munition her und es geht jetzt sowieso los 80 kunden geht es los ich stelle dass man so lange noch ein bisschen hier ja kann man eigentlich auf diese insel das schon mal einer von euch probiert wo ist es die insel auf der man ist glaube dass die insel wo man startet auf dieses haus da auf dem berg kommt da gehen wir gleich mal hin was ich mal an was es da gibt okay das sind schiff bringen sich alle gegenseitig um gut mich hat keiner gesehen langsam aber sicher brauche ich mal eine waffe was ist das denn boah das war so klar wir nehmen die auf und kriegen direkt ein headshot okay verlassen das ist echt ärgerlich dass wir keine waffe gefunden haben da bist du so aufgeschmissen diese folge machen wir vielleicht mal ein bisschen kürzer weil die letzte die ging so lange letzte fallout fortnight folge fallout was war ich denn da weil ich sie alle ein stück aufnehmen für euch und ich habe verschiedene tagen ich nehme sie gerade durchgehend auf so es geht schon weiter ja ihr merkt ich bin ein bisschen also bei dem spiel wäre ich ein bisschen ruhiger aber da muss ich doch muss man sich schon ein bisschen konzentrieren so kommen wir mal ein bisschen auf die steine mit dir rum so f3 brücke 8 minuten 8 sekunden vier sekunden geht so gut schräg über die insel gehen wir und danach da gut also da oben gehen wir jetzt nicht hin würde sagen wir fliegen erstmal so ein bisschen über die insel wollen wir zum goldplatz wollen wir zum goldplatz wollen was waren ja kommen wir waren es gucken uns mal einen golfplatz noch mal an so und los geht's gut da landet auch wer so laufen 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 ist das nächste loch da ist da was drin verbände so zack wir machen uns das ist immer in einem zack da wissen wir wo wir hin müssen aus die mitte aber wir wissen dass da einer ist das ist die mitte da hinten voll auf dem baum gucken wir mal was es hier drin so gibt trecker wollen wir machen was das für ein schöner so und weiter geht's so gucken wir mal mal wir sind schon mal unter den top 50 würde ich schon mal sagen guck mal da ist ein haus da geht die post auch da gehen wir gleich mal hin mal ein bisschen action haben hier gucken wir mal was es hier im haus gibt schon geplündert so da geht man sich schon okay da geht man sich schon okay Gucken wir mal, was es so im Keller gibt. Okay, kein Keller. Wo waren wir lang, wo waren wir lang, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob man ertrinken kann, schwimmen kann, da hinten läuft auf jeden Fall eine rum, hier gucken wir einfach genau, ob man schwimmen kann. Das ist eine gute Waffe. Okay, also ertrinken tut man nicht. Gucken wir mal, wir müssen noch da, ne. Wollen wir mal weiterlaufen. Lauf doch. Ja, was ist wieder explodiert, ich weiß noch nicht was. Oh, guck mal, da gibt es auch noch eine Waffe. Ne. Warte. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Hmhmhm. Trailer Park. Gucken wir mal da, was es da so gibt. Laufen wir mal weiter hin zur Mitte. Ist das okay? Anraten. Hmhmhm. 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 Oh. Ich spiele mit so einer Snipergewehr, trefft zwar nie einen, aber macht schon mehr Spaß. Okay. 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 Dahinter ist eigentlich eine Stadt oder irgendwas ist da. So. 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 Oh, das ist eine Stinkbombe, okay. Ein Indoor-Sportplatz, ein Busch, nehmen wir einfach mal den Busch wieder. Ich glaube mit dem Busch immer auf Platz 2 sogar mal gekommen. Wir sind unter den Top 13 wieder. Ich habe den Busch nicht nehmen, ich wusste es. Komm hier hoch, komm hier hoch. Herr F3. Komm hier hoch, komm hier hoch. Okay, wir brauchen erstmal ein bisschen Holz. Komm hier hoch, komm hier hoch. Komm hier hoch, komm hier hoch. So, F3. Komm hier hoch, komm hier hoch. Mist. Ja. Er hat uns aber nicht gesehen vorher. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Woche bei Fortnite. Auf Wiedersehen. Bis denne bei BurgermLP. Tschüss. Tschüss. Tschüss.